Jeden Tag, den ich habe, haben darf als Trainer, den versuche ich so leidenschaftlich wie möglich auszufüllen. FCN war in dieser Zeit eine Riesenfamilie. Die Saison waren trotzdem 23 Punkte, die Chancen waren da. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich einfach beim Eishockey geblieben bin. Das war immer meine größte Leidenschaft. Martin Irenik, an meiner Seite der Sportdirektor, der Thomas Abou-Eisteiger. Schön, dass du für uns Zeit gefunden hast. Servus. Dankeschön, servus. Vor 47 Jahren hat dieser charmante junge Mann in Berschau, in Kanada, das Licht der Welt erblickt. Eine Gemeinde mit gerade mal rund 800 Einwohnern. Wie ist das da für dich? Wie bist du da so groß geworden? Well, ja, es ist ein sehr kleines Dorf, sage ich mal. Es hat trotzdem eine Eishalle für 800 Einwohner. Was gut ist als Kind auf dem Ranch erwachsen, du hast viel Raum. Weißt du, wenn ich gehe in die Bahn und ich nehme ein Werkzeug und einfach... Die größte Gefahr ist, dass du einen Finger verlierst oder sowas. Das ist die größte Gefahr in einer Ranch als Kind. Aber ich habe freien Raum in der Winter. Wir haben eine Weihre, das war immer gefroren. Du machst das sauber von dem Schnee und dann kannst du den ganzen Tag nur Eishockey spielen. Mach was du willst, kannst schießen. Es ist immer... Als aktives Kind war es sehr, sehr gut für mich. Als Kanadier ist es zwingend notwendig, dann auch als Mannschaftssport... Wenn man Mannschaftssport betreiben will, dass es dann Eishockey wird? Ja, das ist auch schwer zu sagen. Ich war mehr Einzelspieler als Kind. Man muss das auch sagen, wahrscheinlich, weil ich war auf dem Weihre. Der nächste Nachbar war ein Kilometer weg. Mehr als ich und mein Bruder auf der Weihre war es immer ein Luxus. Es waren oft nur wir zwei. Du spielst eins gegen eins. Da habe ich meine technischen Fähigkeiten mit der Scheibe viel geübt. Die Pässe und Teamspiele hatten später in meiner Karriere, muss ich sagen. Ich habe das erst mit 15, 16 richtig gelernt, wie es ist, mit unseren Spielen zu spielen. Aber mit deinem Bruder, ihr habt euch immer so gebettelt. Und da war auch Gewinnen immer so im Vordergrund mitgestanden? Ja, das ist auch ein Thema, mit mir und meinem Bruder noch diskutieren. Noch in der Zeit. Manchmal musste ich ein bisschen nachlassen. Ich war viereinhalb Jahre jünger als ich. Eins gegen eins kämen war nicht immer fair. Ich habe manchmal nachgelassen, dass das Ergebnis nicht so auseinander war. Gab es andere Sportarten, die dich fasziniert haben, die du auch mit ausgeführt hast? Oder war eigentlich dein Fokus schon auf Eishockey so mitgelegen? Nein, und das ist vielleicht viel zu tun mit der Zeit momentan. Kein Handy war dabei, kein Playstation, Gameboy, das hat nicht existiert. Und ich war aktiv als Kind. Ich habe Basketball gespielt, Football, Fußball habe ich gespielt, Baseball, was habe ich noch. Jede Sportart, was es in meiner kleinen Schule gibt, ich habe mindestens probiert, weil sonst geht mir langweilig. Und das Leute lernen auch, es ist nicht immer das Beste, wenn ein Kind spielt einen Sport für elf Monate, von zwölf in einem Jahr. Diese Flexibilität, was du lernst von unter der Sportart, insgesamt macht einen Eishockey-Spieler besser. Und momentan, die sagen, lieber, dass du in der Off-Season Fußball spielst dazu oder Basketball etwas anderes machen für zwei, drei Monate. Und dann wieder zurück zum Eishockey, in der Eishockey-Zeit. Das bringt auch viel. Gab es in Böschow eine Schule oder musstest du da in die Nachbarortschaften reisen? Und wenn dann, wie kamst du da hin? Nein, wir haben in Böschow, wir waren die größte Stadt in einem 50-Kilometer-Kreis mit 800 Einwohnern. Okay. So die Kinder von noch kleineren Dorfen, gibt es noch kleinere, und die mussten zu uns kommen für die Schule. So ich war nicht so weit von der Schule jeden Tag, nein. Du wärst ja innerhalb der Schule dann, wenn du nicht Eishockey-Spieler geworden wärst, auf die andere Seite gewechselt. Biosportlehrer. Wie nah warst du dran? Ja, das war interessant. Eigentlich war mein Vater ein Eiskunsttrainer. Und ich rede gerne mit Leuten, ich leite Sachen gerne. Und ich habe entschieden in der Universität, dass ich Biologie- und Mathematiklehrer sein wollte. Und Eishockey war immer meine erste Wahl. Und Gott sei Dank, ich habe das als beruflich, erst als Spieler und jetzt als sportlicher Leiter, das erfüllt, dieser Wunsch. Und ich bin sehr glücklich mit das. Und ich habe auch viel Glück, dass ich das geschafft habe. Es ist kein einfacher Beruf. Als Kind, wir alle planen, ich will Profisportler. Realität ist ein bisschen anders. In Deutschland ist es klar, wenn man im Sport irgendwas erreichen will, geht es über den Verein. In Nordamerika ist es da ein bisschen anders strukturiert. Wie werden da Talente entdeckt? Läuft da alles über das Schulsystem ab? Nein, nicht in Kanada. In Kanada sind auch Vereine. Aber es ist nicht wie hier in Nürnberg oder in Deutschland. Du hast die Ice Tigers und dann hast du einen Verein, gehört zu den Ice Tigers Nachwuchs. Oder in Kooperation mit den Ice Tigers. In Calgary, die Calgary Flames hat keine Nachwuchsgruppe. Jede Teil in der Stadt hat ihren Nachwuchsverein. Und in Calgary waren in meiner Zeit vier große Vereine. Und die sind von den Bambinis bis die Junioren, war ein Verein. Und das ist dann unterstützt durch die Beiträge. Und erst dann nach den Junioren, dann fängt dann die Profiliga. Aber so eine klassische, wie in Deutschland, dass du eine Profimannschaft hast und die leitende Nachwuchs, das ist nicht so in Kanada. Wie hat sich bei dir das Teamspielen, das Mannschaftsspielen entwickelt? Bis, ich habe keine 100 Tore pro Saison geschossen mehr. Das mit 8, 9 und 10. Ich habe eine Phase, und ich muss auch sagen, ich war nicht in der hochten Liga. Damals mit 800 Einwohnern, ich war so, man kann sagen, Landes League, Bayern League. Und da habe ich viele Tore geschossen. Aber dann später, wenn ich 15, 16 war, ich habe umgezogen nach Calgary. Ich habe mit meinen Großeltern da gewohnt. Und dann, das Spiel war einfach besser und Alleingang funktioniert nicht mehr. Und ich habe einfach gelernt, weil wenn du die Scheibe fünf, sechs Mal in Folge verlierst, irgendwann der Trainer sagt, weißt du was, du machst jetzt Pässe, sonst du spielst nicht mehr. Und da habe ich durch das die anderen Fähigkeiten entwickelt. Wie zufrieden waren deine Eltern mit dir als Schüler? Okay. Ich war immer, ich sage mal, ich war keiner, wer immer eins und zwei. Aber drei habe ich ziemlich regelmäßig gemacht. Ich habe keine Fünfe in meiner ganzen Schulkarriere gemacht. Und die Schule war wichtig auch für meine Eltern. Zufrieden, wir sind nie zufrieden, aber war immer im grünen Bereich, muss ich sagen. Als du dann gesagt hast, ich möchte Eishockey-Profi werden, haben sie sofort gesagt, ole ole? Ja, ich meine, zurück, ich meine, mein erster Traum war College in den USA. Und da wegen der Schule, muss ich auch stimmen. Und mein erster Schritt nach Nachwuchs-Eishockey, das erste Ziel war, ein Stimpendium in das US-College-System zu bekommen. Und das habe ich geschafft. Und dann nach der College-Zeiten, ich fange dann wirklich Realität an zu träumen über vielleicht einen Profivertrag. Wenn man in der ersten Runde an 13. Stelle gedraftet wird, kann man eigentlich davon ausgehen, die Tür zur NHL ist sperrangelweit offen? Nein, ich muss zugeben, die Statistiken, die machen das nicht mehr. Ich war die erste Runde in, das damals war der Supplementary-Draft. So ich war keine erste Runde-Draft-Pick. Ich war gedraftet als 19 Jahre alt. Damals, die haben einen normalen Draft wie jetzt. Aber wenn du nicht genommen hast, wenn du 18 Jahre bist und du gehst dann zum College, die haben auch, das heißt damals der Supplementary-Draft. Und das war für die Kinder oft in Europa oder im US-College, wo vielleicht, sagen wir mal, durchgerutscht in der ersten Draft und in dem nächsten Jahr vielleicht du hast anders entwickelt oder du hast etwas gezeigt und die haben diesen Supplementary-Draft gemacht. Und da war ich in der ersten Runde gedraftet. Aber ich war keine erste Runde-Draft-Pick, nein. Und dann Agile gespielt, wahrscheinlich immer mit dem Blick nach oben, aber dann überraschenderweise den Sprung über den Teich nach Österreich. Ja, ich habe nicht viel Geduld, wenn ich Junge war. Ich habe zwei Jahre gewartet. Ich wollte immer, weil meine Eltern kommen aus Tschechien, ich habe immer geträumt, in Europa zu spielen. Und es ist schwer zu sagen, genau warum. Ich habe das zwei Jahre versucht, der AHL fiel im Bus. Ich wollte einfach versuchen, das in Europa zu spielen. Und ich habe eine gute Möglichkeit in Österreich. Und ich habe einfach den Sprung gemacht. Wie viel Kanada hast du zu Beginn in Österreich vermisst? Das erste paar Jahre schon. Das war Spaß. Eishockey war immer vor, aber nach der Saison, das freut mich immer, zurück nach Kanada, meine Eltern wieder zu sehen. Aber Jahr zu Jahr, ich war einfach mehr und mehr bequem, das ganze Jahr in Europa zu bleiben. Und jetzt bin ich mit einer Deutschen verheiratet, mit deutschen Kindern. Und ich bin jetzt voller deutscher Eingebürger. Und ja, das ist jetzt meine Heimat. Wenn man aus Berschau kommt, wie viel Käse muss man dann essen können? Ja, das ist die große Fabrik in Berschau, war eine Käsefabrik, Armstrong Cheese. Ich habe keine Ahnung, ob meine Eltern hat Armstrong Käse benutzt oder andere Käse, weiß ich nicht. Aber das war die größte Fabrik in Berschau, war dieser Armstrong Cheese. Und ja, viele Leute von Westen, wenn ihr etwas von Berschau gehört habt, meistens der erste Satz ist Käsefabrik. Ja, aber es war dann auf jeden Fall mal kein Käse, dass du 2004 den Schritt hierher nach Nürnberg gemacht hast, aber nicht hier in dieser Halle, wo wir uns jetzt gerade befinden, sondern das alte, ehrwürdige Linde-Stadion. Als du da das erste Mal reingekommen bist, was hast du da gedacht? Wahrscheinlich war es besser, dass ich angefangen habe in Österreich, weil das Stadion in Österreich war noch schlimmer, sage ich so, oder noch älter oder noch in Not für einen Umbau, sage ich so. Aber die Atmosphäre in Nürnberg, wenn die Halle war mehr oder weniger voll, die Zuschauer war so nah zum Eis, war so laut, war so kalt. Du riechst den Glühwein, du riechst die Bratwurst. Das war mehr so Winterfestival-Atmosphäre. Hat einen bestimmten Geschmack. Und das, dass alle die Leute ab und zu, sagt immer eine ältere Zuschauer, ja, der Linde-Stadion-Zeiten war einmalig und die haben recht. Aber auf der anderen Seite, wenn dieser Halle ist voll, man hat gesehen, in der zweiten Hälfte in der Saison, letztes Jahr, ist es sehr, sehr laut hier. Und die Atmosphäre ist nicht wie im Linde-Stadion, aber ist moderne Atmosphäre. Wie habe ich gesagt, sehr laut, sehr emotionen pur. Und ein Spiel mit 6.000 bis 7.000 Zuschauern hier ist auch sehr viel Spaß. Hättest du gedacht, als du damals nach Nürnberg kamst, dass das hier so zu deiner zweiten Heimat wird? Oder zu deiner Heimat? Nein, nein. Aber mein erstes Jahr, ich habe schon gewusst, ich will hier länger bleiben. Ich habe eine gute Saison hier gehabt, viele gute Freunde, viele gute Bekannten habe ich hier kennengelernt. Und nach der ersten Saison habe ich schon entschieden, ich will hier bleiben, lang wie möglich. Und am Ende habe ich hier sehr lang geblieben. Ja, und letztendlich landet dein Trikot dann unter dem Hallendach. Ja. Also eins von dreien. Ja, das waren sehr schöne Dinge. Ganz ehrlich, als Sportler, wenn du so eine Ehre hast, irgendwann in seiner Karriere, ist es eine richtige Säne drauf. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich bin so, dass die Fans in Nürnberg und die Zuschauer hält mich in so eine Position, wo meine Trikot hängt in dem Hallendach, dass ich habe nichts, weißt du, Emotionen sind mehr, als was wurde, kann ich sagen. Das kann ich durchaus nachvollziehen, weil wenn man sich mit irgendeinem Eishockey-Menschen in Nürnberg auch nur annähernd unterhält, der Name Martin Jirenek fällt eigentlich immer, weil du hast hier sämtliche Vereinsrekorde, die man eigentlich grundsätzlich so irgendwie aufstellen kann. Aber ich denke mal, die Fans sind das eine, aber deine Frau hat sicherlich auch, dass du hier kennengelernt hast mit Anteil, dass du hier mitgeblieben bist? Auch, ja. Ich meine, das war natürlich, das war nicht der einzige Grund. Ich meine, wenn wir jung waren und wir waren verliebt, dann muss sie halt mit mir gehen, wenn ich Mannschaftenwechsel hätte. Aber wir haben in Nürnberg geblieben, hat einfach sehr gut gepasst, ja. Jetzt hast du Jungs und die würden dann hier auch irgendwann mal in deine Schlittschuhe treten? Well, die sind jetzt in einem Nachwuchsprogramm hier in Nürnberg. Die arbeiten sehr hart. Der Nürnberg-Nachwuchs hat hier sich sehr gut entwickelt in den letzten fünf, sechs Jahren. Wir gehen in eine sehr gute Richtung. Wir klettern immer höher in den deutschen Nachwuchsbereich. Und ich komme davon aus, dass es dauert noch ein bisschen Zeit, aber irgendwann mehr und mehr Kinder aus Nürnberg wird eine Chance, ein Eisteigertrickot zu tragen. Rückblende nochmal, 99, Vizemeisterschaft. Du, Topscorer der Liga, aber du hättest wahrscheinlich gerne eingetauscht gegen Spiel 5 und gegen diesen Alsten. Ja, ich würde das tauschen für eine Meisterschaft. In meiner Karriere habe ich eine Meisterschaft gewonnen, das war in der AHL, für die Portland Pirates. Wenn das passiert so früh in der Karriere von einem Spieler, du unterschätzt das. Wenn du älter bist, man fängt an zu denken, ja, eine Meisterschaft macht viel Spaß und das ist eigentlich der Grund, am Ende, wir spielen das als Teamsport. Und das war nur mein zweites Jahr als Profispieler, habe diese Calder Cup gewonnen, war bombastisch Spaß, aber man denkt, ja, wir gewinnen, irgendwann gewinnen, ich gewinne das nochmal. Hat nicht passiert, aber vielleicht als Sportlicher Leiter kann ich noch eine Meisterschaft gewinnen. Ihr wart so knapp dran, 1999. Denken wir dann noch manchmal zurück? Oh ja, immer wieder. Weil, ich bin hier Sportdirektor in Nürnberg und es sind viele Zuschauer noch von den Zeiten, immer ab und zu wir diskutieren ein bisschen über das. Dann bist du mal kurzzeitig mit Ingolstadt fremd gegangen, dann wieder zurück nach Nürnberg gekommen und dann auch atypisch und das zeigt auch deinen Charakter und dein Interesse für den Nachwuchs, für die Jugend, dann hast du hier dich um den Nachwuchs gekümmert. Ja, ich habe entschieden, eigentlich die Eistigers wollten, dass ich noch ein Jahr spiele, aber ich habe das abgelehnt, weil ich habe eine Chance oder der Nachwuchsbereich war damals schon getrennt von den Eistigers ein bisschen und die haben gesagt, hast du Interesse als Haupttrainer für den Nachwuchs zu sein und das hat mich gekitzelt und mein Plan war immer nach Eishockey ein Trainer zu sein und sowieso besser in meiner Heimat. So habe ich das dann, dieses Angebot genommen und habe meine Karriere vielleicht ein paar Jahre früher geändert, aber im Endeffekt, wenn man sieht, wo ich habe gelandet und meine Erfahrungen ich habe gemacht als Trainer das war die richtige Entscheidung für mich. Und dann über Krefeld wieder zurück nach Nürnberg gekommen in den unterschiedlichsten Funktionen, aber zwischenzeitlich auch Cheftrainer. Was hat dich dann letztendlich dazu bewogen zu sagen, Cheftrainer ist zwar auf der einen Seite schön, aber ich mache lieber Sportdirektor? Wer hat gesagt, ich mache lieber Sportdirektor? Das war eine Chance, das war eine neue Herausforderung für mich. Ich mache oft Skills-Training mit den Jungs noch, ich gehe aufs Eis ein, zweimal in der Woche, ich bin aufs Eis mit den Jungs noch, erst mit Nachwuchs bin ich zweimal in der Woche aufs Eis und dann auch mit unserer Mannschaft auch ein bis zweimal pro Woche aufs Eis. Ab und zu leite ein Training, wir machen Skills mit Stickhandling, Powerskating, ich mache das noch mit den Profis ab und zu. Eigentlich für mich, ich habe den ideellen Job momentan, ich darf Sportdirektor sein, ich darf auch aufs Eis mit Jungs gehen, ein bisschen Spaß haben und auch ein bisschen ich kann pretend to be a Coach ab und zu aber ich habe nicht den Kopf wie ein Trainer hast, aber ich darf ab und zu eine Übung leiten. Für mich momentan meine Funktion ist ideal von was ich was macht mich am meisten Spaß. Das klingt so, Martin Jerenik lebt 24 Stunden am Tag Eishockey. Gibt es auch andere Geschichten, die dich faszinieren, Golf spielen ein bisschen oder leidet es, weil du keine Zeit hast? Ja, ich war vorher gerne auf einen Golfkursplatz gegangen, jetzt habe ich keine Zeit, weil jetzt meine zwei Jungs, einer ist 15, der andere ist 13. Zwischen Eishockey und Zeit mit meinen Jungs und meiner Frau gibt es kaum mehr Zeit für etwas anderes zu machen. Gibt es für dich in Nürnberg einen Lieblingsplatz? Also neben der Arena hier? Nein, das Restaurant Covades ist unser Liebling. Ab und zu Mittagessen gehen wir oft, Spieltage gehen wir da. Das ist sehr nett zu uns dieser Restaurant haben eine Verbindung mit den Eistigers. Wenn ich unterwegs in der Stadt und will etwas essen, ist mein Restaurant wo ich sehr gerne gehe. Hat Musik in deinem Leben eine Rolle gespielt? Als Spieler. Du benutzt Musik als Konzentration oder vorm Spiel, wieder in Fokus bringen. Musik hilft für mich auf der mentalen Seite. Manchmal abends, wenn ich ein bisschen ausruhe, Kopfhörer an, Augen zu und Musik hören, ob das Klassik ist oder Techno. Ich bin oft in meinem Krieg gefragt, was ist meine Lieblingsart von Musik. Und wenn ich sage, ich mag viele verschiedene, das ist die Wahrheit. Das ist abhängig. Ich finde Techno sehr fokussiert. Das hilft mich auch, manchmal einfach auszuhören. Irgendwie diese Boom, 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 macht so ein bisschen Hypnotismus. Manchmal mag ich Klassiker, manchmal mag ich Rock. Wenn ich will, ein bisschen Fire oder Emotionen, dann eine richtig gute Rock Musik hilft auch. Musik für mich ist einfach ein Werkzeug für meinen Mentalstatus. Eishockey-Spieler haben ja immer den Ruf, gerne mal am Abend auch mal um die Häuser zu ziehen, wenn sie frei haben, was ihr ja selten letztendlich habt. Das klingt danach, als wärst du immer noch in der Lage, mit deinen Jungs mitzuhalten. Ja, aber man muss immer nicht vergessen, ich bin der Sportlerleiter. Wenn ich rede mit Spielern von unserem Klub, man braucht eine bestimmte Distanz, weil ich habe einmal zu einem Spieler vor ein paar Jahren gesagt, fast mit jedem Spieler kommt immer zwischen uns ein bisschen Streit, weil irgendwann ein Spieler fängt an alt zu sein oder ich muss immer Verhandlungen mit Gehalt und ob die überhaupt wieder zurück nach Nürnberg kommen. Im Endeffekt diese Entscheidung landet auf meinem Tisch und Jede Spieler will spielen noch eine Saison und manchmal muss eine harte Entscheidung gemacht egal wie gute Verhältnisse hat mit einem Spieler und manchmal muss schlechten Nachkrieg geben. So wegen das meine Beziehung zu diesem Spiel muss immer klar und öffentlich und mit einer bestimmten Distanz. Das ist die Wahrheit meiner Position. Also dann schaust dir zu wie die Spieler feiern und bewertest danach ob es gepasst hat oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ein ganz offenes und herzliches Gespräch. Danke dir Martin Jirenik. Dankeschön. Jirenik.